Aldemaaah! HD! Toll! Konzentrier dich, Jess. Komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Hat bestimmt seine Herde verloren. Fünf noch. Sieht ängstlich aus. Ja. Hat sich wahrscheinlich im Sturm verirrt. Ich weiß nicht recht. Kann ich schießen? Ach, in solchen Momenten musst du deine Umgebung genau beobachten. Du wirst eins mit dem Visier und konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Und nimmst immer noch deine Umgebung wahr, Liebes. Ja. Okay, gut. Was kannst du spüren? Dass es bald regnet. Gut. Was noch? Ich weiß nicht. Da ist ein... Rudelkojoten. Ungefähr 100 Meter nordästlich von hier. Fünf noch, Sophia. Kick! Kick! Die Hände hoch. Nochmal. Nein, ich kann nicht mehr, Mama. Dann stirbst du. In diesem Moment haben sie dich. Wir sterben, weil wir es zulassen. Du kämpfst gegen einen großen indoktrinierten Germanen, der den Schmerz eine Sekunde länger aushält. Und dann bist du Geschichte. Dann hört es auf, Mama. Hör zu, Liebes. Überleben bedeutet, das Leid anzunehmen. Es mit sich zu tragen. Okay. Los, jetzt fünf noch. Noch fünf. Hey, keine Kraftausdrücke. Papa? Ja? Was noch? Papa? Gehst du? Oh Gott. Oh Gott. Situationsbewusstsein. Werte dir das Leben. Komm jetzt. Schieß. Bevor es regnet. Halt die Klappe. Hat mehr Hunger? Sieh dich nur an. Sehr gut. Alles klar bei euch? Wow. Gut für dich, Kenneth. Ich dachte schon, dir fehlt der Killer-Inspink. Bleck mich, Arthur. Na, ihr zwei. Es wird nett zueinander. Was? Das ist ein Kompliment. Halt die Klappe. Unsere Mädchen sind junge Frauen geworden. Wann ist das passiert? Was hast du denn, Schatz? Ich muss aus dem Regen raus. Was ist das? Grab nochmal weiß ich, da heim ist. Schack. Sch Об我. Sie sindim resultierlich. Da sind ob sie hinserisstren? Sie sind lesen? Sind sunk? Sie stehenor, chef. Sie sind wir in die Schattung der Klappe. Dann gehen wir in die Schattung der Klappe. Das ist das sein Schattung der Klappe. Hier. Sie ist eine Freundin der Familie. Wir wissen, dass er hier war, Ma'am. Er hat hier etwas gesucht. Und dann half er uns gegen das Regime. Aber auf einmal war er weg. Plus de terre, s'il te plaît. Hast du Antibiotika, Jacques? Oh, armer Jacques, ist stumm. Was willst du mit Antibiotika? Er hat eine Bauchfellentzündung. Und woher weißt du das? Wollener Unterleib, schnelle Atmung, sein Bauchfell ist schwer entzündet und das kann Sepsis und Tod zur Folge haben. Er braucht Antibiotika. Oh, komm mal her und hilf mir, hm? Ich verzichte. Ma'am, bitte. Jeder hier nennt mich Juju. Hilfst du uns, ihn zu finden, Juju? Ihr tragt Motorrüstungen? Ja. So etwas haben wir hier nicht. Schon mal geschossen? Absolut. Habt ihr schon mal Nazis getötet? Wir sind geboren, um Nazis zu töten. Hast du gehört, Jacques? Geboren Nazis zu töten. Wir haben keine Nazis getötet. Ja, Arthur, aber das muss ich ja nicht wissen. Also schön, ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Großwildjäger wie euch. Nachdem Berlin General Luther Brandt seiner Macht enthoben hatte, wurde ein neuer General geschickt, um den Aufstand in Paris niederzuschlagen. Er hält sich auf einem Zeppelin mit dem Namen der Nachtfalter auf. Tötet ihn. Dann suchen wir weiter nach eurem Vater. Dashof, ein Nazi. Was meinst du? Wir müssen ihn töten. Nein, wirklich, Arthur. Wie ist der Plan? Ein sauberer Schuss von hier oben? Du musst doch so viel lernen. Du wirst ihn verfehlen. Einen Scheiß muss ich lernen. Ja, ja. Wir müssen versuchen, näher heranzukommen. Klettere darunter. Ich schleiche mich von links an, du von rechts in die Enge treiben und töten. Hey, heulst du etwa? Ich heule nicht. Mir ist nur etwas übel. Bist du mir jetzt hier um? Niemals. Dann mal los, kleine Miss Blazkowitsch. Mach einfach, was deine Eltern tun würden. Keine Bewegung! Oh mein Gott. Oh scheiße, ich hab sein Hirn im Mund. Wasser, ich brauch Wasser! Ich lache mich! Was, wenn Papa verletzt ist? Irgendwo verblutet. Wir schaffen das. Wir finden ihn. Machst du Witze? Wir kriegen das hin, Schwesterherr. Scheiße, ja. Denk dran, Mädels. Ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Wer stand, Napster? Bist du fertig? Ja, ja. Ach so, sorry. Hätte ich ja sagen sollen. Nee, ich war auch jetzt gerade erst in dem Moment fertig. Boah, ich hab mich bepisst vor Lachen. War das lustig? Meine Güte. Ja, das ist Wolfenstein. Also das haben sie tatsächlich nicht schlecht gemacht. Ja, hey Leute. Hier ist halt immer der große indoktrinierte Germane und der heiße Pferch. Ja, der kleine Schweizer. Hallo. Der kleine. Oh, was machst du, wenn ein großer indoktrinierter Germane in den Kopf schießen und mich dann fröhlich übergeben? So wie vorhin. Wir haben den gleichen Waffenwunsch. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Okay, dann legen wir los. Dann töten wir den mal. Ja, eben, Wolfenstein 2, das spielt ganz kurz noch als Info, 20 Jahre nach dem letzten Spiel, dem letzten Spiel, was ich sehr geliebt habe. Aber was jetzt hiervon halten soll, das kann ich erst sagen, wenn wir gespielt haben. Ich freue mich auf alle Fälle darauf, weil mit all die mal wieder, um die Häuser zu ziehen, das ist nie schlecht. Drück mal F, da hast du schon eine Meckleid in der Hand. Ganz mit F anmachen, das sieht gut aus. Quillten schon mal. Wie ist denn Nahkampf, was wir hier gerade mal? Äh, rechte. Was macht du? Was macht du? Nee, das ist kein Nahkampf. Wenn man das noch wisst, war bei dir das Intro auch fürchterlich englisch? Nee, weil wir das alles schön deutsch. Ach, das gibt's ja nicht. Okay, dann muss ich das, ich nehme das wahrscheinlich nochmal auf, weil bei mir war alles englisch ohne Untertitel. Das ist nicht so ideal. Komm, wir schießen den mal. Dann gehen wir los. Ah, hier, mittlere Maustaste. Oh, tut mir leid. Okay. Dann wird schön gemessert. Weißt du, das hier sind so Laptops. Okay, sollen wir mal releasen? Wir releasen, mal. Ja, ich nehme die andere und los. Okay. Aha, ein Lift. Ah, linker. Wir haben hier ein kleines Urlaub, nein. Die Verwahrungskamera hat gerade zwei Terroristen mit der Fass-BD-O-Fahrer und der Angelegenheit, aber an sie auf alle Zentrenlieferung geschlossen. Ich möchte das sehr zu schätzen, wenn ihr sie... Na ja, so noch was wird sie mit. Wie ist das? 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 Ich hatte es kaputt. Ich hatte die Konsole geöffnet. Das wollte ich gar nicht. Oh, diese machen. Warte mal ganz schnell zehn Sekunden. Ich drücke mal Escape. Ich muss mal kurz in die Option. Mach das ruhig. Wegen der Sprache. Ich warte hier. Wegen der Sprache. Weil das ist ja Käse hier. Audio. Auf Englisch. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Kann ich das hier nicht mehr umstellen? Das kann sein, dass du diese Trial Version nicht in Deutsch ist. Ah, das kann nicht auch sein. Das kann nicht auch sein, weil... Wenn du es in Deutschland bist, musst du es jetzt in Deutsch kaufen. Das kann sein, weil Aldemar ist... Moment hier. Part 1009. Nein. Die Schwierigkeit. Äh... Subtitles. Off. Subtitles. Ja. Okay. Ähm. Mein Aldemar ist der Besitzer des Spiels. Sozusagen. Und ich bin der Buddy. Dann kann das da zusammenspielen. Aber das kann es doch tatsächlich sein, dass man dann... Ähm. Ja. Das ganze nur auf Englisch hat. Das tut mir leid. Es kann sein, dass du das vor dem Start in Steam angeben kannst. Aber... Guck mal jetzt. Knarren. Ich habe auch schon allein gesammelt. Ah, okay. Dann sammle ich auch mal noch. Okay. Haben wir. Ich will töten. Ich will töten. Ich will eigentlich auch töten. Wo bist du denn? Oh, das ist ja nicht. Willst du mit messern, oder? Komm, messer den mal. Komm, messer den mal. Komm, messer den mal. Komm, messer ihn. Los. Messer ihn. Eh, eh. Ja. Hä? Ist einfach umgefallen. Da, einmal mit dem Bein. Das war nicht gemessert, aber Todes auch. Haha, ja. Hast du es gesehen? Sehr schön. Ja, so. Im Ansatz. Du dreckiger Nazi. Ach, da war noch einer. Ich war gerade noch hier beschäftigt. Moment, erstmal gucken. Oh, hier ist irgendwie... Hier ist ein Geheingang oder sowas. Das ist ein Lüftungsschacht Heisenberg. Ich komme. Ja. Sag ja Geheingang. Oh, ne Wumme. Nehmen wir natürlich. Du bist alles voll. Cool, hier kannst du auch die Schränke aufmachen. Ach, ne ist Rüstung. Heilung, Gesundheit, Rüstung. Du kannst doch irgendwie Tee drücken und dann... Alles mitnehmen. Kannst du irgendwie boosten. Es ist halt überhaupt kein Tutorial hier irgendwo. Ne. Aber du kannst... Wir brauchen wohl ein Code für diese Tür. Oh, wir brauchen ein PIN-Code. Wo ist denn jetzt? Aldemar? Ich bin der... Hinter dir. Heisenberg. Jetzt fange ich damit an. Ich hoffe, ich höre das jetzt nicht die ganze Zeit. Aldemar, wo bist du? Wer hat Aldemar gesehen? Bitte Hand hoch. Wir brauchen jetzt ein Keycode, hat die gesagt. Aha, okay. Da ist... Da hinten ist... Da müssen wir hin. Da. Hier geht es aber nicht auf, also müssen wir außen rum. Hier geht es noch rein. Ah, da kommt er ja schon wieder. Haha, ich habe Aldemar gefunden. Oh, äh... Hallo? Oh, er lebt noch. Wahnsinn. Kann das mitnehmen? Oh, wer lebt noch? Der... Der... Große Germanische Indoktrinierte. Okay, den haben wir weggemacht. So wie sich das gehört von Große Germanische. Suche eine bessere Position! Ich loote gerade noch ein bisschen. Bist du schon wieder am Kämpfen? Tatsächlich. Ja, ist alles voll. Das bist du. Oh, das ist ja gar nicht du. Ach, das ist ja gar nicht du. Ach, das ist ja du. Hey, seit Donnerst du so eine schöne Maske. So rumliegt das Stroheisenberg. Wir müssen einen Computer zum Entschlüsseln suchen. Jetzt müssen wir zum Computer zum Entschlüsseln. Ja. Oh, ein Helm. Sehr schön. Los, ihr großen Germanischen Indoktrinierten! Ach Gott, hier gibt's ja nichts schon über Ingame-Währung rum. Ich muss schon brechen. Ja, überall. Mach kaputt die blöde Kiste hier. Geht nicht. Ja, geht nicht. Schade eigentlich. Oh, ein Terminal. Verfügbare Daten. Der Nachtfall-Tort-Tort-Code. Entschlüsseln E. Okay. Floppy has not been the code here. Merk dir, 8-4-3-1. 8-4-3-1. Ja, kommen sie mit. Heißberg. Ich komme. 8-4-3-1. 8-4-3-1. 8-4-3-1. Oh, das sind die bösen Deutschen! Guck dir! Der hat, der hat selber auf den Feuerlöscher geschossen. Oh man, die Pistole ist ja geil hier. GAAAH! Was machst du denn hier? Ich muss einfach damit schießen, das ist gut. Ungeahnte Aggression. Hast du gemerkt? 8-4-3-1. Ja. Oh, war richtig. Sehr gut. Huch, Moment. Die haben doch eine Schroße, die muss ich auch ausprobieren. Aha, man kann springen, okay. Das wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht. Können wir hier anklopfen? Locked. Wir können mal schießen. Ist das dein Roboter? Moment. Ein bisschen am Ende. Ne. Doch, aber der macht nichts. Das ist nur ein... Dingens. Ein Barkeeper-Roboter. Also ich nehme an, der macht nichts. Soll ich mal drauf schießen? Ja, schieß mal drauf. Ich meine, wir können auf alles schießen. Oh, die bösen Deutschen haben uns gehört. Was? Oh, okay, warte. Das ist doch nicht so clever. Jetzt mal die Schrotfilter hier. Ach, ich mal her. Oh, meine. Eine andere Knarre. Moment. Gibt's Friendly Fire? Ich nehme es nicht an. Nein, ich gebe euch davon aus. Ich kann auch aufleveln. Aha. Lebst du noch? Du lebst noch. Blazkowicz Zimmer Service. Genau. Oh, oh. Kann sein, dass das sogar noch eine Spur schneller ist als das letzte? Ich habe das letzte nicht gespielt. Ah, okay. Das war zwar auch schnell, aber ich glaube, so schnell war es dann doch nicht. Und haben sie das jetzt wieder geändert, dass man einfach rüberlaufen kann und dann... Oh, oh. Oh, ich bin voll umgeflogen. Hebt man was auf? Ah, doch. Köln, das warst du. Sorry. Du kannst doch rutschen. Wie ging das gleich nochmal? Äh, Steuerung. Äh, Laufen und dann... Ui! Haha, mit Steuerung. Das war cool. Ah, ja, genau. Ah, chic. Okay, ich rutsche für mein Leben gern. Hehehe. So, da haben wir doch schon ordentlich was hier an Schlachtfeld zurückgelassen. Gehst du den Weg hoch? Oh, da sind ja sogar... Da sind ja sogar die Symbole drin bei mir. Hast du die auch? Die Symbole? Die bösen Symbole. Du bist zwischen den Gegnern. Oh, ich seh's grad. Hast du keine Granaten? Wo seh ich meine Gesundheit? Da oben. Ich auf mich schieße... Oh, scheiße, schon wieder. Nein, sorry. Boah. Hier müssen wir erstmal... Oh, die schmeißen wir mit Granaten, die Vögel. Geh mal Richtung Orangen in den Wegpunkt. Der ist, äh... Da sind weniger Feinde. Dann... Das bin ich. So. Ja. Boah. Was wissen wir, wenn ich die T drücke? Ach, da krieg ich wieder... Dingelsbummels. Dingelsbummels. Charakterfähigkeiten. J. Ah, Verstand, Kraft, Macht. Motorrüstungsskin. Goldener Adler. Schwarzer Tod. Oh. Ah, lol. Brückst du gerade frech die Knöpfe rum? Schweden? Nein. Nein. Da, guck mal. Jetzt gehe ich nicht mehr. Daumen zeigen kann man nur einmal. Schade. Waffenskins. Visier. Im Ernst? Du hast deine Farbe geändert. Kann das sein? Äh, ja. Chameleon. Kannst du auch drücken. Dann kannst du Sachen... Trommelmagazine wechseln, aufwerten, koste aber Münzen. Aber es dauert zu lang. Das sollte man lieber nach der Runde machen. Uns. Wir sollten da hin. Aber... Moment. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Hier bin ich. Komm, hier sollen wir hin. Da, andere Bumme. Klopf, klopf. Blaskowitz. Mal wieder ein Leaf. Wir müssen zusammenheben, glaube ich. Ja. Ich hebe. Blaskowitz Power. 3, 2, 1. Gim ihm. Und nochmal. Los geht durch. Ach, das musst du erreichen. Okay. Bist du durch? Dankeschön. Cool. Das ist ja cool. Ein Terminal. Weapon. Weapon upgrade. Ja. Ja. Wie hieß die Brause nochmal? Schwefelbrause. Was? Was für Brause denn? Das hat doch der Typ einfach auf der Kiste getragen. Ich fände das halt auch lustig. Was ist denn die Kiste öffnen? Oh, wir müssen die zweite Kiste öffnen. Ja. Waren wir doch glatt. Ich schaff das nicht allein denn. Okay. War da was drin? Nee. Nee. Aber ein Riesen. Oh, guck mal. Ah, Paris. Wow. Wo ist ne Eiffelturm? Komm, wir schießen auf die Leute, dann denken die die bösen Nazis auf den Zeppelin schießen und dann haben wir den Bürgerkrieg. Wo siehst du die Leute? Das ist ein Po da unten. Oh, die bösen Nazis! Und schon gibt's Revolution. Hey, hier ist dein Mini-Computer. Vielleicht finden wir etwas da drauf. Oh, cool. Dieses Rutschen, das hat was. Kommandant, ja, genau. Ist das hier auch so? Ja, guck mal. Was denn? Wie denn? Ah, sehr schön. Ich hab den abgestochen, heißen. Ja, ich hab's gesehen. Ich höre so was leicht bebides in deiner Stimme. Nein. Oh, oh. Geh zuerst hier rein. Hier. Oh, warum denn? Das ist bestimmt was Schlimmes. Wieso bekommen wir von der Kiste? Ja. Hm, was nehm ich denn für ne Waffe? Ich muss doch entscheiden, was ich hier nehme. Es ist schon schwer. Sie haben mich gedeckt, Heisenberg. Macht nichts. Deswegen bin ich hier. Nein. Nicht nachladen. Hey, wo ist der hin? Ist der runter? Ah! Schweiße! Wo ist der denn? Es ist wieder die Treppe runter. Ah! Das bist du? Ja! Ich bin gerade auf der Flucht. Ich bin gerade auf der Flucht. Ich bin gerade auf der Flucht. Ja, das müsste aber glaube ich gewesen sein. Ah, ich nehme jetzt auch mal die Schrotflüte nochmal. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist auch gut. Oh, mit Rotpunktvisier hier das Teil. Und auch hier hoch. Nicht, dass hier oben noch irgendwas liegt. Nein. Ist nichts. Da ist ein Kommandant nochmal. Den müssen wir immer als erstes. Sonst... Oh, der irgendwie Verstärkung. Also das war zumindest sonst immer so. Oh shit. Ich habe ihn. Oh! Dann messern wir den halt. Oh, das war aber schick. Oh, la 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 la. Was ist das denn für eine Knalle? Ach, das ist so... Oh, sehr schön. Das ist einfach so, als wenn du wusstest, was du getan hast. Ja. Ja, ich habe hier... Das war alles klar. Das war alles kontrolliert. Das war alles klar. War alles klar, aber das ist ein bisschen weniger. Ja, das war alles klar. Das war alles klar. Oh, das ist doch nicht. Oh, das war alles klar. der das auch noch gebrauchen könnte. Muss ich da auch wieder? Ja. Ja, das sieht man mal. Allein geht das nicht. Aber ist so ein schickes Kleidchen, was du immer trägst. Das muss man ja schon sagen. Oh, Mist. Powerjump. Base in Space. Ah, dann kann man Powerjump machen. Okay. Huiuiui. Okay, müssen wir hier irgendwie hoch, oder? Ja, ich bin schon oben. Aha, okay. Du musst immer Oh Gott. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass das jetzt dauern wird. Wie kommt denn hier auch? Springen gegen so eine Zahl. Und dann musst du rechts und links sind so Stufen. Da musst du mal draufspringen. Und immer wieder gegen eine Zahl und dann gegenüber. Rechts und links sind ja so kummige... Ja, genau. Und jetzt... Nein, nicht so. Du musst immer hin und her. Du kannst nicht direkt zu mir hoch. Ja, und jetzt auf die andere Seite. Nein, auf die andere Seite. Nicht bei mir hoch. Dahin. Du schaffst das schon, Heisenberg. Wir glauben alle an dich. Ja, du hast es. Und jetzt zu mir. Ja. Oh. Böse Nazi-Techniker. Äh, ich glaub, bist du noch da? Hallo? Heisenberg? Ich hör dich nicht mehr. Hast du dein Mikrofon gemutet? Aufber episódio zum où? Tud Larunder.